Hallo YouTube, Live Blitz Game hier auf ICC Ok, ich habe hier die Rettieröffnung. Wir lassen hier E4 zu. E4 auch gerade. Minchadats, oder das heisst von China. Ja. Gut, dann stellen wir alle wichtigen Zentrumsbauern gerade rein. Übrigens, heute wieder mit Live Cam. Hallo. Ok, und dann... Dann nehmen wir hier einen Angreif, wobei das ist relativ einfach. Wenn er nicht schlägt, nehme ich mit der Dame. Er ist zurück. Er ist immer noch gedeckt auf dem Springer. Dann greift man hier meinen Turm an. Das kann man aber relativ einfach verhindern. Das heisst, er kann, ich glaube, nur noch ein Fall dort ziehen. Dann wird er wahrscheinlich noch ein C4 gestossen. Dann muss er zurück. Ok, so wie es aussieht, er hat praktisch noch nichts eröffnet, außer dass er seine Leifer, also der Ein-Ussprung-Ausflug der von seiner Dame ist das nicht so. Ausser den Buren, den er bekommen hat, aber er hat sehr schlecht entwickelt. Ich könnte in diesem Stil weitermachen, also er kommt jetzt wieder mit der Figur, lad ihn ja wieder zurück. Ok. Jetzt können wir schauen, was wir nachher unternehmen können. Hier ist einer, der hängt. Da bekomme ich dort am besten hin. Jetzt muss er auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich könnte jetzt mit Team-Springen unter den Schirrnieren hier, ausser da nehmen. Das nützt mir nicht sehr viel. Jetzt mit der Dame da, da oben. Jetzt muss er hier schon auf das Fernsehen schauen. Okay, das sollte auch kein Problem sein, dort in die Flucht zu stehen. Gut, dann gibt es sonst 18 Stunden und dann laufen wir fort. Jetzt kann ich eigentlich schon auf ein paar Huren tauschen, das hat kein Problem sein. Hier sind die Gepur angegriffen. Er stossen zwar, aber reisst ihm hier ein Loch in seine Verteidigung. Ich habe das Gefühl, dieser wäre besser gewesen für ihn. Aber er kann dann auch stossen. Ich brauche zu weit wiederum angreifen, kein Problem. Zwei Minuten noch. Wenn ich dann komme, komme ich auf die siebte Linie mit dem Turn. Dann ist er eh fertig. Das wird sehr schwierig zu verteidigen. Da hinten hat noch nichts entwickelt. Der Läufer ist immer noch irgendwo im Kettow. Ja, da hat er nicht genau nichts. Ja, als nächstes. Turm F7. Darf sie schon bald aufgehen. Da kommt der Läufer sehr gut hinterher. Der Läufer nach wie vor. Das geht es. Eine gute Idee. Den Springer doppelt angreifen. Das kann man hier höchstens gut denken, kommt aber hier mit diesem Bauern-Tal, G7, und dann dieser Turm hier und hier oben, dann ist es der Bleibnett. Also etwas dafür, dann kann er es nicht mehr decken, dann ist die Springer fällig. Wie ist es? Ja, in zwei Minuten. Kommt sie? Ja. Also, wie gesagt, hier ist der Turm auf die Offenung F-Line. Ok, da ist hier noch... ...smart, aber zuerst haben wir Schach. Kommen wir gleich. Jetzt haben wir einen Abzugsangriff. Ich muss nachher! Ah, er ist sogar gemalt. Ok. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Adios!